DVB-T bezeichnet eine Variante von Digital Video Broadcasting, die für die Funkübertragung von digitalen Hörfunk- und Fernsehsignalen über terrestrische Wege verwendet wird. DVB-T wurde 1997 von dem Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen im Standard on 300.744 festgelegt und ist vor allem in verschiedenen europäischen, asiatischen und afrikanischen Staaten sowie in Australien Standard. Das nordamerikanische Padat zu DVB heißt ATSC, das japanische ISDB und das der Volksrepublik China DTMB. DVB-T ist in den verschiedenen Ländern oft unter einer anderen Abkürzung bekannt. Im Vereinigten Königreich und Irland wird beispielsweise die Bezeichnung Digital Terrestrial Television und auch soweit nicht kostenpflichtig. Freeview in Spanien Television Digital Terrestrial oder in Frankreich Television Numeric Terrestrial verwendet. Unter dem Begriff DVB-T2 wurde im Jahr 2008 ein Nachfolgestandard vom Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen mit der Bezeichnung on 300.755 festgelegt. Dieser Standard soll zahlreiche Vorteile für die Anbieter und die Zuschauer haben. Unter anderem wird die Übertragung von mehr Programmen und in besserer Qualität möglich sein. Details zu den Umstellungsverfahren in einzelnen Ländern finden sich in den Artikeln DVB-T in Deutschland, DVB-T in Österreich und DVB-T in der Schweiz. Technik DVB-T beschreibt nicht eine Form der Videokodierung, sondern die physikalische Bit-Übertragungsschicht, um Inhaltsdaten wie Videodaten über eine terrestrische Funkausstrahlung zu verbreiten. Die genutzten Übertragungsfrequenzen entsprechen den schon vom analogen Rundfunk bekannten UHF- und VHF-Kanälen. Von denen in Westeuropa im VHF-Bereich jeder 7 MHz und im UHF-Bereich jeder 8 MHz umfasst, Frequenz ist gleich Kanalnummer mal 7 MHz plus 142,5 MHz. Frequenz Band 177,5 minus 226,5 MHz. Frequenz ist gleich Kanalnummer mal 8 MHz plus 306 MHz. Frequenz Band 474 bis 786 MHz. Bei der digitalen Ausstrahlung lassen sich diese Funkkanäle effizienter ausnutzen als bei analoger Fernsehtechnik. Da mehrere Fernsehprogramme pro Funkkanal in Form eines Multiplex übertragen werden können, für die Modulation wird COF-DM verwendet. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Bandbreite 7 MHz bei VHF und 8 MHz bei UHF werden dabei mehrere tausend schmalbandige Einzelträger gesendet. Jeder dieser Einzelträger wird dann wiederum mit einem Modulationsverfahren wie Quadraturphasenumtastung, Quadraturamplitudenmodulation mit 16 oder 64 Symbolen moduliert. Als Modulation seit wurde COF-DM gewählt, da es aufgrund der Ausbreitungskarakteristik terrestrischer Funkausstrahlungen unter anderem zu Abschattungen und Mehrwegeausbreitungen des Funksignals kommen kann. Diese Störeinflüsse auf Funkkanälen werden unter dem Begriff Fading zusammengefasst. Weitere Unterschiede zu den Modulationsverfahren von DVBS und DVBC liegen in den Punkt, dass bei der Ausstrahlung von DVBT die Bildung eines Gleichwellennetzes vorgesehen ist. Dabei wird das idente Funksignal von mehreren räumlich verteilten und aufeinandersynchronisierten Sendeanlagen ausgestrahlt. Durch Interferenz, sowohl durch konstruktive als auch destruktive Überlagerung der Funksignale, kommt es dabei standortabhängig zu frequenzabhängigem Fading, welches nur einzelne der schmalbandigen Einzelträger in einem Funkkanal auslöscht. Durch redundante Verteilung der Information auf mehrere Einzelträger können mit COFDM so die Auswirkungen von Fading unterdrückt werden. Je nach Abstand der einzelnen Sender im Gebiet eines Gleichwellennetzes und Sendeleistung werden die Parameter der COFDM angepasst, wie zum Beispiel die Länge des Schutzintervalles oder die Wahl von QPSK 16QAM oder 64QAM. Diese Einstellungen wirken sich direkt auf die Nutzdatenrate der Aussendung aus. Die praktisch erreichte Datenübertragungsrate pro Kanal liegt je nach eingestellten Parametern zwischen ca. 12 Mbps und knapp über 20 Mbps. ZB stellen Nordrhein-Westfalen und die meisten anderen Länder aufgrund der niedrigeren Centerdichte und des damit einhergehenden längeren Schutzintervalles nur 13,27 Mbps bereit, wogegen in Berlin bis zu 22,19 Mbps erzielt werden. Nach Angaben von DVB-T Mitteldeutschland erreicht man dort bei 64QAM bis zu 20 Mbps. Die Datenübertragungsrate in einem DVB-T-Funkkanal wird auf mehrere Programme aufgeteilt. Dafür werden Multiplex-Verfahren eingesetzt. Die in einem DVB-T-Funkkanal zusammengefassten einzelnen und voneinander unabhängigen Fernsehprogramme werden als MUX bezeichnet. Jedes einzelne Programm erhält somit eine mittlere Bitrate von ca. 3 Mbps bis 3,5 Mbps. Bei der Übertragung von Bildern mit hohem Bewegungsanteil mit nur 3,5 Mbps kommt es zu unübersehbaren Blockartefakten und zu erheblichen Strukturverlusten. Die Sendezentrale hat die Möglichkeit, Die Datenübertragungsrate jedes Programms innerhalb des Multiplexes dynamisch und in bestimmten Grenzen zuzuweisen. Rein statistisch betrachtet wird nicht auf allen Programmen gleichzeitig die volle Bandbreite benötigt. Wie bei den anderen DVB-Varianten auch werden bei DVB-T die Videodaten in einem MUX als MPEG2-Transportstrom übertragen. Für die Kodierung der Videodaten wird bisher hauptsächlich MPEG2-Video verwendet. Es ist aber technisch auch bei DVB-T problemlos möglich, mit MPEG4 bzw. H-kodierte Videodatenströme zu versenden. Wie beispielsweise in Slowenien und von 2009 bis 2014 zusätzlich zu MPEG2-Programmen in den Räumen Stuttgart und Halle-Leipzig-Systemvergleich. Vorteile von DVB-T gegenüber analogem Fernsehen aufgrund digitaler Modulationsverfahren. Kombiniert mit Datenkompression für die Videodaten wie MPEG2 oder H-264. Können mit DVB-T auf der Bandbreite eines Funkkanals für analoges Fernsehen 3 bis 6 Fernsehprogramme in Standardauflösung ausgestrahlt werden. Bei HDTV würde sich die Anzahl auf ein oder zwei Fernsehprogramme reduzieren. So laufen mit Stand 2012 in Frankreich und Großbritannien Regelaussendungen von HDTV-Programmen über DVB-T parallel zu DVB-T2. Ein weiterer Vorteil ist die Ausstrahlung eines MUX über mehrere Senderanlagen und der Betrieb eines Gleichwellennetzes. Dies ist bei analoger Fernsehausstrahlung prinzipiell nicht möglich, da es in den Überlappungsregionen zu Interferenzen kommt, die die analoge Bildübertragung unmöglich machen. Ein analoges Fernsehprogramm blockiert über das eigentliche Sendegebiet hinausgehend den betreffenden Funkkanal, da entsprechend weite Schutzabstände bis zur Wiederverwendung des Funkkanals nötig sind. Weiter ist es mit DVB-T möglich, auch reine Hörfunkprogramme zusätzlich zu Fernsehprogrammen in einem MUX mitzuübertragen. Von diesen Möglichkeiten wird aber nicht immer Gebrauch gemacht. Der Systemgewinn von DVB-T gegenüber analogem Fernsehen hängt von der konkreten Parametereinstellungen wie Modulation und der eingesetzten Fehlerkorrektur ab. Je nach Rahmenbedingungen kann der Systemgewinn zwischen 0 Dezibel und 35 Dezibel liegen. Der Umgang mit dem Systemgewinn durch DVB-T ist unterschiedlich. In Großbritannien wurde er zur Erhöhung der Reichweite und zum Zwecke eines möglichst einfachen Empfangs genutzt. Es wird das DVB-T-Signal mit der zu analogen Fernsehzeiten üblichen Sendeleistungen wie beispielsweise 100 kW gesendet. Dadurch ist der Indoor-Empfang auch außerhalb von Ballungszentren oder in Fahrzeugen oft möglich. In Deutschland und Österreich wurde die Sendeleistung auf Werte bis zu 10% der Sendeleistung im Rahmen der DVB-T-Umstellung gesenkt. Dadurch kann es in manchen Fällen notwendig sein, kleinere Sendeanlagen zusätzlich aufzustellen. Beispielsweise wurde der DVB-T-Sendeturm Leipzig für die Verbreitung von DVB-T-Programmen in Betrieb genommen. Nur bei günstiger Empfangslage genügt für den Empfang häufig eine einfache Zimmerantenne auch für den Indoor-Empfang, die auch leicht selbst hergestellt werden kann. Portable Fernsehgeräte können bei entsprechender Signalstärke und dadurch bedingter guter Signalqualität überall betrieben werden. Unabhängig von Kabel- oder Satellitenempfang, daher soll der in Deutschland zur Vermarktung verwendete Begriff, das überall Fernsehen, kommen. Ansonsten ist die meist vielerorts noch vorhandene Hausantennenanlage die optimale Lösung. In einigen Regionen wie auch im Nordosten Deutschlands ist die lokale Senderabdeckung so gering, dass auch eine vorhandene modernisierte Hausantennenanlage keinen ausreichenden Empfang ermöglicht. Nachteile von DVB-T Wie beim analogen terrestrischen Fernsehen ist auch bei DVB-T über Reichweitenempfang bei Inversionswetterlage, die in Mitteleuropa in den Monaten September bis November häufig auftreten, möglich. Sofern sich die Signale nicht gegenseitig stören, macht sich das atmosphärisch bedingt schwankende über Reichweiten-Signal durch eine schwankende Bildqualität mit zeitweiligen Aussetzern oder Klötzchenbildung bemerkbar. In Großbritannien gibt es deshalb Fernsehen nur noch im UHF-Bereich. Das für diese Störungen besonders anfällige VHF-Band 1 wird in Deutschland für DVB-T nicht genutzt. Ein Nachteil gegenüber analogem terrestrischen Fernsehen ist die Signalverzögerung von etwa 2 bis 8 S. Diese entsteht durch die Digitalisierung der mehrere Bildsequenzen umfassenden Videocodierung beim Sender und bei der Dekodierung im Empfänger. Dies kann bei Parallelübertragungen über unterschiedliche Übertragungswege bemerkt werden. Durch die digitale Übertragung sind systembedingt kurzzeitig auch Bildstörungen durch Schwächen der Digitalisierungssysteme möglich. Ein störungsfreier Empfang in Zügen und im Autobahnverkehr oberhalb von 80 km pro Stunde ist nur in Abhängigkeit von den verwendeten Systemparametern und mit hohen Investitionskosten im Sendernetz oder durch Diversity-Antennensysteme möglich. Außerdem ist es bei DVB-T technisch leichter möglich, Fernsehprogramme zu verschlüsseln. Dadurch wird es für die Anbieter einfacher, von den Zuschauern zusätzliche Bezahlung zu verlangen. Entschlüsselnde Endgeräte können dazu nur über den Betreiber bezogen werden, der hierfür Preise nach eigenem Ermessen festlegen kann. Bei digitalem Fernsehen nach DVB-S und DVB-C steht dagegen eine größere Anzahl an Fernsehprogrammen zur Verfügung. Bei DVB-S ist diese größere Programmvielfalt trotz einer geringeren spektralen Effizienz durch die größere zur Verfügung stehende gesamte Bandbreite und der Richtfang-Eigenschaft von Satellitenverbindungen bedingt. Bei DVB-C, welches ausschließlich auf die Übertragung für Kabelfernsehen ausgelegt ist, fallen Übertragungsprobleme wie Mehrwegeausbreitung, Signalreflexionen und Fading weitgehend weg. Auch die Anforderungen für den Betrieb eines Gleichwellennetzes spielt bei Kabelübertragung keine Rolle. Wodurch in Summe ein hörwertiges Modulationsverfahren verwendet und damit eine größere Programmanzahl übertragen werden kann, Listen zu DVB-T. Liste der DVB-T-Sender in Deutschland.